Einen wunderschönen guten Abend, nochmal vielen vielen Dank, ihr seht schon, hier ist nichts mehr, keine Band ist mehr da, die Bühne ist schon fast abgebaut, aber wir sind hier noch am Absacken und vielen vielen Dank für die Unterstützung heute Abend und für die letzten Tage, auch an meine Band und alle die mitgemacht haben, alle Zuschauer und auch an Dennis Kleinmann, vielen vielen Dank für alles, was wir hier wieder auf die Beine stellen durften. Mann, es ist ja nichts, es war schön, es ist ja nichts mehr, ich weiß nicht, ich weiß nicht, ich weiß nicht, ich weiß nicht, ich weiß nicht.